Georgischer Hengst, der von August der Starke aus seiner Rohdiamant-Mutter abstammt. Sie reist bei jedem Turnier nie ohne ihre Mutter an, ohne Elisabeth, genannt Sissi Max Theurer, die Europameisterin einst war und Olympiasiegerin 1980. Die Pflegerin, die steht natürlich genauso wie beim Springreiten, immer am Rande des Parcours, hier am Rande des Vierecks, fiebert mit und Viktoria Max Theurer, sie hat sich gemausert im Dressur-Sport. Mit diesem Pferd im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften in der Kür einen hervorragenden fünften Platz belegt und da bekam sie eine Wertung von glatten 79 Prozent. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jahr ... Der versucht unwahrscheinlich von der Hinterhand unter den Schwerpunkt zu kommen in der Piaffe. Der hat mit unwahrscheinlich viel Kragkraft, aber auch Schubkraft. Und diese, diese sieht man ja gerade die Schubkraft dann, wenn es in den Verstärkungen gilt, sein Pferd glänzen zu lassen, ein Ergangland. So wie jetzt. Ich glaube, es fällt uns nicht schwer, einen deutlichen Unterschied schon jetzt zu erkennen, zu dem was wir bisher sahen. Im Positiven, auch im Schritt, schön gleichmäßig, geregelt, mit genügend Raumgriff, könnte vielleicht Augustin so ein klein bisschen mit den Nüstern Richtung Erdbogen sich gestalten. So wie jetzt. 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 Musik Und jetzt die eine wechseln. Vom Schwierigkeitsgrad sicherlich doch recht überschaubar, diese Kür. Die Lektion zumeist doch sehr gut geritten. Musik Und noch einmal eine dieser runden, immer wieder schön gleichmäßig gesetzt, vorgetragenen und in sich hervorragend gehaltenen und getragenen Pirouetten. Und auch noch einmal eine schön herangeschobene Passage. Und die Piaffe in einer Achteldrehung. Das Ganze gleich noch einmal zurück in die andere Richtung. Musik Eine tolle Kür von Viktoria Max Theurer Mitte 20 und ihrem Augustin-OLD. Eine Reiterin, die Europaweltmeisterschaft und Olympischen Spielen in so jungen Jahren für Landschirm bestritt. Und die ist nicht nur einmal. Sie ist auf solch hohem Niveau des Dressursports in ihrem Land allein Unterhalterin, darf ich durchaus sagen. So wie es ihre Mutter hier auch war. Handküßchen, Handküßchen dieser charmanten Reiterin. Die übrigens beim Abreiten ihrer Pferde oder ihres Pferdes permanent mit einer Springkappe reitet. Denn nach einem schweren Trainingssturz einer US-amerikanischen Reiterin, der Olympia-Reiterin Courtney King, die zu schwersten Schädelverletzungen führte, hat man empfohlenen Dressursport auch bei Turnieren und auch im Training mit einer sturzsicheren und spittersicheren Reitkappe sein Pferd zu arbeiten. Man dürfte dies sogar im Wettkampf und dann ein Zylinder da drüber ziehen. Das oberste Gebot der Vorsicht mit der Blick auf die Leichtigkeit und Schönheit einer Trapp-Traversale eines sehr bewegungsstarken Augustin. Das wird die neue Führung werden. Hier in der Grand Prix Cure International für Viktoria Max-Träumer. Noch einmal schön in der Schubkraft von hinten dieser starke Trapp mit schöner Schulterfreiheit losgelassen, durch die Körper hindurch schwingend. Mit einem Gesamtergebnis und diesmal Einigkeit in der Jury von 78,5 Prozent liegt das im Bereich dessen, was ich sagte, ihres EM-Ergebnisses des vergangenen Jahres, was ja nur einen halben Prozentpunkt höher ist. Übrigens, Dings, der man mit...